Hallo zusammen, ich bin der Sandro und ich bin Sy. Wir lernen hier bei Bruno Lehmann AG Polymechaniker. Ich bin im ersten Lehrjahr und ich bin im dritten Lehrjahr. Kommen doch mit, wir zeigen euch heute unseren Alltag. Als Polymechaniker stellt man hauptsächlich Färbstück her. Im ersten und zweiten Lehrjahr mache ich hauptsächlich drehen, montieren und fräsen. Im dritten und vierten Lehrjahr arbeitet man auf computergesteuerten Maschinen. Man lernt sie umrichten, programmieren. Wenn man das Werkstück gefertigt hat, muss man sie prüfen und messen. Das coolste in diesem Beruf ist, dass man mit der Maschine fährt und auch mit dem Computer. Ich arbeite sehr gerne hier bei Bruno Lehmann AG, weil es ein Familienbetrieb ist und das Arbeitsklima ist sehr angenehm. Jetzt seid ihr klein und privilegiert. Wenn ihr eure Interessen geweckt habt, bewerbt mich noch heute. Und das Bi-Chin-Sag ist das Liga und die Eingellbahn AG, dass der Produkt sich komisch hinweg und eröffnet werden darf. Und da war er das Sagen. Ich werde da, um wir vielleicht saggen, dass er nicht langweig ist.